Tja, und nun? Wo finden wir die Kannibalen? Wo finden wir die Bananenpflücker? Eine frische Einstellung? Okay. Okay. Das scheint nicht zu funktionieren. Es scheint nicht zu öffnen. Es ist entweder eine incisive Repräsentation der Fetilität des Menschen, oder es ist ein Lager und ein paar Röcken. Aha. Und das soll es ziehen und ziehen. Ah, okay. Okay. No. Okay. 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 Du bist zum Glück. Okay. Du bist zum Glück. können wir das aktivieren auch hier neben uns es wird eher nicht mehr es wird nicht mehr Ich bin gerade ein bisschen dumm. Ich blick's nicht. Ich kann irgendwie, was können wir ein Zeil mit kombinieren oder so. Ich kann mir ein Zeil. Tja. 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 Was funktioniert denn? Was könnte ich hier? Tja. Tja. Ich muss doch irgendwie nach unten gehen. Irgendwo auf der Weg nach unten, jetzt sind Stuttgart hier, Plattform, auf der Weg nach unten. Können wir hier noch weiter? Nein, können wir nicht. Ok, wir müssen die Cannibalen finden, aber wo finden wir die Cannibalen? Ja, aber da waren wir noch die ganze Zeit. Das bringt aber nichts. Das haben wir noch versucht. Wir müssen erst mal die Cannibalen finden. So. Ok, dann soll ich erst mal hin. Aber wie? Das haben wir verkackt. Das können wir jetzt nicht mehr machen. Wir können das Ding nicht bewegen. Also wenn, dann können wir den Stein nicht mehr erschleudern. Das ist doch... Hm. Hm. Ich glaube, vielleicht können wir von oben irgendwie... Das wäre noch eine Idee, die ich hätte. Vielleicht können wir von oben irgendwie einen Stein runterwerfen, der irgendwie trifft. dann... Das wäre jetzt meine Logik, aber... Wieso das? Den Stein vielleicht? Können wir den Stein vielleicht schieben? Können wir hier... doch! das ist ja gut. W!!!! W zugruf! W Das, was passiert. Oh, wir haben einen Zettel. Schön, dass wir ihn nicht geklappt haben. Okay. 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 Vielleicht vermelst du die Karnevalen am Bananenbaum, könnte ja sein, so wirst du in den Bananen rankommst, in den Stellen, damit können wir wahrscheinlich den Baum wieder abschweißen, aber wir können das Ding noch nicht mehr bewegen. Oh, ein Zettel. Haben wir den schon gelesen, oder? Tja, scheinbar haben wir den Bananenbaum damit noch nicht abgeworfen. Tja, also, müssen wir das wohl noch irgendwie umstellen können, oder? Da haben wir es vergessen für alle Zeiten. Ziehen geht nicht. Ziehen geht nicht. Tja... Aha, okay, jetzt geht's. Jetzt kann man aber versuchen. Nach meinen Stellen zu werfen. Sehr schön. Sehr schön. Das war schon fast richtig. Der sieht ja genauso aus wie der erste, den wir geschmissen haben. So, schieben. Wir probieren einfach mal eines aus. Irgendwann wird es schon den Daumen treffen. Schieben. Schieben. Schieben, 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 schieben. Oh, sorry. Na? Fast. Okay. Ich muss noch ein bisschen verrückt werden. Schieben. Ich muss noch ein bisschen verrückt werden. Füß zu. Könnte klappen. Wauw! Sie sahen, wie es den großen Bananen auf der Bühne hielt. Die Gäste gegen das sind unglaublich. Dann haben wir mehr Bananen. Und wahrscheinlich die Knibalen wachgerüttelt. Ich bin unten. Ich sage es immer. Dann wird es wohl stimmen. Und zum Abzug zum Bananenbaum. Oh, mehr Bananen. Und nun, was machen wir mit mehr Bananen? Mehr Affen. Besogen. Okay, das haben wir ja schon. Und in der Schlucht waren wir in der Spalte waren wir auch schon. Wir haben hier noch mal die Spalte. Hier war die Spalte. Hmm. Ich glaube nicht, dass ich sie kann. Ich kann das nicht erreichen. Die Spalte ist nicht lang genug, um den Stafel zu erreichen. Ich versuche das mit dem Stafel. Na toll, wenn du mit dem kleinen Ast. Achso, mit dem hier. Das kann ja nur gut gehen. Wir sollten jetzt das noch mal nehmen und hier. Ich muss noch ein Seil finden. Hier, wo finde ich noch ein Seil? Okay, hier lang. Am Teich. Gibt es einen Teich? Oh, Tatsache. Da waren wir noch gar nicht. Ein Notiz. An den Monke-Island-Kannibals. Ich mich nicht an, dass du vor der Heiligen Monke-Isle in front der Heiligen Monke-Isle, die doppelt als meine Haus- und secretbare Basis der Operation. Aber könntest du bitte, von den messigen Schmerzen auf meinem Bord? Also, bitte nicht in die Monke-Head. G.P. LeChuck. LeChuck. Er ist also hier. Oh. Und er kommt wieder vorbei. Aber ich bin kein Freund. Der ist ja hier mit. Der hat sich hier mitgebracht. Er hat sich nicht mehr gesehen. Was war das? Oh, ein Vergnunst. Er hat einen Schmerzen zu setzen. Er war versucht, um einen Schmerzen zu machen. Entschuldigung? Ja, mir auch. Tja. Er sieht nicht gut aus. Er hat eine Selle in der Hand. Vielleicht kann man das mitnehmen. Müssen wir das mal runter oder was? Tja. Was muss ich? Hermanns Furt, da wüsste ich auch gerne, wie ich da hinkomme. Darum waren wir ja schon. Lass uns mal den Weg zeigen. Ach, das ist das Furt. Darum waren wir schon. Hermann war noch nicht da. Die haben wir schon untersucht. Sagen wir nicht, wie geht es jetzt. Das hatten wir schon. Hm. Ich kann das nicht auspüren. Oha. Schwarze Prüger. Hey, schöne Spiegel. Sieht einfach wie... Wo ist meine Spiegel? Oh, perfekt. Mein Schatz. Das ist nicht so schön. Ich bin in zwei Minuten und jemand kommt in hier und schützt die Pfeil auf den Boden. Natürlich, ich glaube nicht, dass du nichts zu tun hast. Ich bin sicher, dass es nur eine coincidence ist, dass du hier kam in hier um sich herum herum, gleich nach einer mysteriösen Person hat mein schönes Boden. Sie sind. Ich sah einen Mönchchen hier. Er muss das gemacht haben. Du bist nicht für mich, Junge. Entschuldigung, ich habe etwas pressende Businesses zu tun. Ja, ich auch. Aha. Können wir das mitnehmen? Black and Explosive. Just the way I like it. Okay. Dann nehmen wir die Kanonenkugel mit. Und füllen es die Kanonen ab, oder was? Ja, oder auch nicht. Ja, mit der Kanone. Aber die Kanone kommen auch nicht. Oder so. Irgendwas wollte ich eigentlich nicht. Ich klicke zu oft auf H. So. Der Damm war da drüben. Und das Flussbett. Jetzt bauen wir dann noch Feuer. Ja. Ähm. Okay. Die Damm ist woanders. Lass mich mal zeigen. Ach der Damm hier. Alles klar. Wir zerspringen das ganze Ding hier. Machen Landschaftstheraformen. Hier Damm. Das ist doch dann. Genau. Das war noch die Aufgabe. Okay. Und nun. Das Tal voller Wasser. Okay. Und nun. Jetzt. Jetzt. Ja. Jetzt. Stein... 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 Was? I can't see it anymore. I can't see it anymore. To the Ghost Pirate LeChuck. We must ask you once again to curtail your nightly activities in the sacred Monkey Head area. Decent people are trying to sleep. Kindly keep the noise level down. The Monkey Island Cannibals. P.S. We saw you taking that woman with the Scarf down there. To the Monkey Island Cannibals. Is he now all over or what? I am in the face of operations. But could you please refrain from leaving messy sacrifices on my porch? Also, please do not enter the Monkey Head. GP LeChuck. Tja, aber wie bringen wir den Damm jetzt zum Einbrechen? Tja... ... 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 Die geschliffenen Lens vielleicht kommen wir jetzt mit der Sonne kombinieren. Da müssen wir natürlich hier stehen. Meine Füße seien größer durch das. Sehr schön. Jetzt können wir uns da die... Jetzt können wir uns das einnehmen. Das war der Sinn der Sache. Jetzt können wir uns das einnehmen. Und das zeigen wir jetzt... Wo war das nochmal? Irgendwo vorne war das. Das ist die Spelze. Genau, da wollten wir runter. Jetzt haben wir noch ein Seil. Noch besser wäre es natürlich gewesen, dass wir das Seil nehmen könnten. Das um seinen Hals lag. Aber gut. So runter hier. Ich will jetzt das Paddle mitnehmen. Und die Paddle. So jetzt haben wir noch Paddle. Jetzt können wir zum Boot zurück oder? Oder? Jetzt fangen wir zurück zum Schiff. Jetzt Paddle mit Ruderboots. Jetzt kommen wir neue Gebiete, wo wir noch nicht hin konnten. Hier zum Beispiel. Okay. Jetzt fahren wir über den See. Jetzt fahren wir über den See. Jetzt fahren wir über den See. Nichts Interessantes hier. Hier ist da nicht gerade eben noch was. Ich habe auch meinen Text gesehen. Nein. Es war einfach Geilbosch. Genau das. Oha. Und dass man nicht das Kannibalendorf ist. Das halten wir mal hin. Und hier ist ein Strand. Vielleicht können wir da umlegen. Vielleicht können wir da umlegen. Bin hier fast einmal um die ganze Insel. Kannibalen. Kannibalen, der Chuck. Ja. Ein Bewohnerstraet. Können wir da mal hin? Oh. Okay. Wir sind im Kanal. Ähm. Im Kanal nicht. Im Kannibalen. Dorf. Der Schuss ist sehr leer. Warum? Es ist leer. Ja. Es ist leer. Ja. Es ist leer. Der Schuss ist leer. Ich habe gesehen. Warum? Es ist leer. Ja. Es ist leer. Der Schuss ist leer. Es ist leer. Der Schuss ist leer. Es ist leer. Der Schuss ist leer. Der Schuss ist leer. Ja, das hatten wir schon. Siehst du, das ist alles noch mal vorne was. Die Cannibals. Die Ghost Pirate Lechuk. Wir müssen uns wieder fragen, dass Sie noch einmal die Aktivitäten in der Sacred Monkey Head sind. Decenten Leute versuchen Sie zu schlafen. Kindlich halten Sie die Laufung. Die Cannibals Monkey Island. P.S. Wir sehen Sie, dass Sie in der Nähe von der Rennung gehen. Die Cannibals Monkey Island. Ich verstehe Sie in front der Sacred Monkey Island, die in der Nähe von der Rennung gehen. Oh Gott. Aber Sie können Sie bitte nicht von der Rennung zu verlassen, von der Rennung auf meine Branche zu verlassen? Also, bitte nicht in die Monkey Head. G.P. Lechuk. Hermann. Bitte in die Rennung zu der Monkey Head. Die Cannibals. So haben wir es mal. Okay. Okay. Du Doppelst. So. Okay. È.